so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße alle ganz herzlich zum morning meeting heute es ist dienstag es ist der 27 juni 2023 gemeinsam mit markets wollen wir uns einen blick auf die märkte gönnen natürlich die jüngsten entwicklung hier einordnen läuft so ein bisschen nach plan ist ein bisschen nicht ganz richtig aber zumindestens mal es hat so ein bisschen anflüge von dem was ich mir habe vorstellen können in bezug auf den erstag war gestern bisschen wahrscheinlich gesagt also ich war gestern nicht am desk ihr habt vielleicht auch festgestellt ich habe gestern kein gameplan für den handelstag in der disco community gepostet gehabt was ich im nachgang etwas bedauerlich finde ehrlich gesagt weil es hätte sich ein schönes momentum play in tesla angeboten und zwar mit dem drop unter die 250 wir werden das gleich in der nachbetrachtung uns noch mal anschauen das waren wirklich also ganz bild hübsche textbook like das war genau so wie wie man es hätte eigentlich sehen wollen ehrlich gesagt es war nicht einfach nur ein dynamischer break tiefer mit einem flash und dann war es das sondern es war wirklich ein 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 sahnestück an momentum play auf der unterseite mit einem drop unter die 250 sauber gehalten das waren mehrere minuten und dann mit einem schönen flash tiefer du hast ein sauberes level gehabt gegen das hast riskieren können ich habe es jetzt nicht ganz genau nachbetracht also noch nicht wir werden es gleich also gemeinsam hier machen aber ich würde mal sagen mit einem punkt risiko maximal bist du in den trade reingekommen hast einen schönen drive gesehen von fünf sechs sieben punkten auf der unterseite sind im tief gestern abend noch gehandelt worden also zwischenzeitlich hatten wir dann glaube ich 242 43 glaube ich erreicht gehabt am schlusskurs gesehen um 241 und jetzt in der vorbörse leichter bounce gegen diese gegen den gestrigen schlusskurs mal gucken was der heutige tag so liefert ich bin irgendwie gefühlt jedenfalls glaube ich wir sind noch nicht fertig also jetzt mit ausblick auch auf die delivery numbers die übers wochenende noch anstehen könnte tesla vielleicht noch mal ein kandidat sein vielleicht für so einen finalen washout auf der unterseite wie gesagt wir hängen auch so ein bisschen davon ab was der übergeordnete markt liefert übrigens apropos übergeordneter markt während der s&p sich zum beispiel recht stabil präsentierte nahezu unverändert eigentlich also mit leichten abstimmen aber wirklich marginal haben wir im nasdaq abschläge größer ein prozent zu sehen bekommen sind unter die fettiefs gefallen und haben die bis dato auch noch nicht zurückerobern können könnte sein und das ist dann wieder was am da kommt so ein gedanke im hinblick auf tesla eben zum tragen dass wenn den quartalsschluss da vielleicht noch nicht nach unten fertig sind vielleicht auch noch mal ein drop sehen richtung 230 vielleicht 220 wie ich auf die region kommt da können wir gleich mal den blick drauf werfen dass wenn nämlich auch im nasdaq eventuell noch mal abgaben sehen weil wir nämlich wie gesagt die fett tiefs in anführungsstrichen verloren haben und unterhalb diese auch halten das ist so die region 14.800 punkte also wir werfen da gleich mal den blick drauf auch der gedanke zu gold ist weiter aktiv ehrlich gesagt gestern kurz richtung 29 gelaufen also das heißt diese extension auf der oberseite auch wenn das jetzt kein dynamischer verlauf war müssen wir auch mal gucken ganz dünner wirtschaftssagen kalender deswegen so ein bisschen die frage nach den impulsgebern aber genau daraus könnten dann eventuell kurze dynamischere spike sich auf der einen oder anderen seite eventuell widerspiegeln also gold bleibt eigentlich weiterhin potenzieller short kandidat ich hatte gestern gesagt die entwicklung übers wochenende die wir in russland zu sehen bekommen haben vielleicht ein kleiner risk of katalysator und genau dieser risk of katalysator ist doch in frage zu stellen weil sich so ein bisschen die frage stellt ist das ist das ein großer putsch gewesen war das wirklich ist das alles das was man uns in den medien so darstellt also wie gesagt ich denke wir sollten das alles sehr in frage stellen ich glaube das ist innerpolitisch ich glaube auch das ist ja das gewesen das ist ziemlich genau der sprech gewesen den wir seitens der nato kommuniziert gesehen haben ich glaube von herrn stoltenberg frau baerberg also nicht dass man sie vervollnehmen würde aber soma soma rum hat sie glaube ich auch gesagt nein wir halten uns dann mal besser raus ja das ist wahrscheinlich auch das beste dass man sich da raushält ja von sachen von dem man keine ahnung hat da sollte man eventuell so ein bisschen abstand nehmen also fakt ist auf jeden fall wie gesagt dass da so ein bisschen die die frage aufkommt ob das wirklich auch ein potenzieller risk auftreiber ist sich der dax hat sich dann relativ zügig auch gestern gefangen gehabt eventuell in folge dieser entwicklungen zum zum wochenstart zunächst abschläge zu sehen bekommen auch in gold wie gesagt das driftet gerade so ein bisschen wieder abwärts wir haben weiter das level gegen das wir hier riskieren auf der oberseite wie gesagt die gestrige struktur die war ganz interessant vom australien technischer perspektive leider ohne impulsgeber seitens der makrofront haben wir leider haben dann keine weitere dynamik gesehen aber es bleibt auf jeden fall möglich denke ich realistisch dass wir noch mal die region so um 1900 us dollar profile unser anlaufen auch da drunter rutschen eventuell auch in den quartalschluss hinein vielleicht ein kleiner spike im zinsbereich oder dergleichen der dann wiederum auf den auf den equities bereich besonders auf den tech bereich durchschlägt also wir werden auf jeden fall einen blick darauf werfen grundsätzlich bleibt auch erstmal der wirtschaftsdaten kalender nicht nur der wirtschaftsdaten kalender andere wirtschaftsdaten kalender der earnings kalender relativ dünn wir haben jetzt morgen nachbörslich micron mu semiconductor eventuell noch mal ein bisschen volatilität darüber hinausgehend auch am freitag also freitag wird sein play sein donnerstag nachbörslich nike mit earnings aber bis dahin bleibt da die front auch erst mal relativ dünn also das heißt wir fokussieren uns hauptsächlich auf technische plays auch auch eine nvidia war glaube ich ganz interessant gestern auch da haben wir einen schärfer rückserzer gesehen ihr habt gesehen ich hatte gesagt amd vielleicht als relative schwäche play nach der vorstellung aber nvidia hat es alleine bewegungstechnisch gemeistert in anführungsstrichen amd war relativ also auch leichte abschläge nichts dramatisches aber im vergleich zu nvidia da war ein bisschen mehr zug drauf trading technisch aber noch mal am tesla sauberer arbeiten und vielleicht auch dann die maßgabe für die kommenden für die kommenden tage dann in den in den wochenschluss hinein auch dass da vielleicht tesla sich trading technisch ein bisschen besser anbietet so bevor ich jetzt allerdings zu viel erzähle und zu viel vorweg greife zunächst der blick auf den risikohinweis und dann starten wir offiziell mit den charts also devisen und cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getradet und gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hiervon nicht für jeden anleger geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstelle man bitte sein persönliches risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater lade sich auf markets.com.de dann kostenlos eine demo herunter teste den handel risikofrei schaue ob das persönliche risikoprofil mit dem risikoprofil beziehungsweise den produktcharakteristika die cfdfx produkten innewohnen korrespondiert sofern man das für sich mit ja beantworten kann hat man auch die möglichkeit natürlich ein live konto zu eröffnen alle informationen vollständig risikoprofil auf markets.com.de schaut gerne auch auf der kontakt page vorbei auf der webseite kontaktiert die eleanor wenn ihr fragen haben sollte zu markets als broker habt ihr fragen zu den märkten gerne hier haben im morning meeting eure möglichkeiten nutzen diese fragen live und in farbe zu stellen die würde ich dann entsprechend beantworten natürlich solltet ihr fragen haben wenn ihr euch die aufzeichnung anschaut gerne unterhalb des videos in der kommentarfunktionen eure fragen stellen die würde ich dann auch entweder schriftlich sehr wahrscheinlich aber auch ergänzend neben dem schriftlichen dann in mündlicher form hier mit charts und dergleichen live und in farbe im nächsten morning meeting zum thema macht nach oben ausgehend ich hatte gerade schon die disco community erwähnt gehabt wie gesagt gestern war ich ein bisschen in anführungsstrichen abgelenkt beziehungsweise gar nicht am desk hatte keine möglichkeit da irgendwie aktiv zu werden das sollte sich heute ändern ich kann es noch nicht garantieren ehrlich gesagt aber es ist auf jeden fall der plan dass wir dass wir dass ich heute da wieder aktiver bin auf jeden fall also schauen wir gerne vorbei ihr braucht aber nicht unbedingt sondern ihr könnt euch auch miteinander untereinander zu den märkten austauschen entsprechend eure setups teilen eure trading gedanken teilen welche märkte für euch von interesse sind wie ihr plant diese zu traden wenn ihr euch den trades wiederfindet wie ihr die trades managt und so weiter also gerne nutzt dort gerne die möglichkeit euch miteinander untereinander auszutauschen so und soweit zur einführung dann wollen wir einen blick werfen auf die aktien indizes und hier einen blick werfen auf den dax der opening range breakout auf der unterseite konsolidierung unterhalb der range fokus auf der 15.800 region ziemlich genau das szenario was ich heute früh geschrieben hatte eingefangen hatte auf twitter ich will das mal ganz kurz hier einmal einfangen einen augenblick dann haben wir mal ganz kurz darauf eine grafik zu das habe ich mich noch nicht vorbereitet im moment macht das immer ganz kurz auf also das war der tweet von heute früh internet vorteil unterhalb des immer 50 auf 5 minuten basis zunächst short neue tts also kurz für tagestiefs würden dann mit einem drop unter 15.800 die 15.700 region aktivieren also wir machen neue tagestiefs das können wir hier deutlich erkennen und wir nehmen jetzt eben auch die 15 800 aufscoren wir sind das ist eine ganz interessante ich finde relativ interessante price action ehrlich gesagt dieser dieser diese kurze fünf minuten kerze hier so pi mal daumen was ist es 10.40 ungefähr dieser kurze flasch dieser wusch drunter unter die 10 800 und der bounce zeigt dass die relevant ist offensichtlich dass der käufer gegen dieses level rein kommen aber was ich eben auch interessant finde ist dass wir nicht in der lage sind ein schärfere gegenbewegung auf den weg zu bringen wir haben das in der vergangenheit schon relativ häufig eigentlich gesehen ich guck mal ganz kurz vielleicht haben wir das ja ist nicht ganz sauber das war aber gestern kurzer aggressiver bounce und dann hast du einen relativ scharfen scharfe relativ scharfe gegenbewegung von 7 15 hier von 100 punkten innerhalb wenigen minuten haben hier zum beispiel auch so eine v-struktur das ist jetzt letzte woche freitag gewesen das haben wir im dax relativ häufig eigentlich dass wenn du wenn du ein wie gesagt charttechnisch relevantes level muss man ein bisschen vorsichtig sein das ist eine kleine konsolidierungsphase mit einer support regierung gestern aus dem nachmittag gewesen also ich will das nicht überbewerten die 15 800 aber fakt ist auf jeden fall wir stechen rein wir gehen kurz drunter wir sehen aber nicht diesen bounce also dieses v in anführungsstrichen und das ist ein indiz dass die bären noch nicht fertig sind meiner einschätzung nach also das heißt was wir gerade hier zu sehen bekommen ist ganz interessant ich glaube die wahrscheinlichkeit dass dieses von mir hier skizzierte szenario mit einem drop unter die 15 800 dass wir hier die 15 700 region anlaufen ist relativ hoch ehrlich gesprochen wir müssen natürlich immer so ein bisschen im hinterkopf behalten wir haben jetzt mittagszeit also die eigenen wie soll ich sagen die der dax und der eigenhandel in anführungsstrichen oder das aus eigenen stücken handeln an dieser stelle das wird jetzt zunehmend kleiner das fenster wir rücken zunehmend zu us-eröffnung und in diesem zusammenhang werden wir im windschatten der wall street entsprechend uns präsentieren fakt ist auf jeden fall das ist keine sehr starke action und begünstigt er noch mal einen test auf jeden fall wenn man hier auf die stunde geht noch mal dieser 15 700 beziehungsweise gehen mal kurz zurück diesen bereich hier um die tiefs die wir einmal am freitag beziehungsweise hier am montag ausgebildet haben eben den bereich um 15 700 mal gucken ob diese region dann in der lage ist gehalten zu werden also faktisch auf jeden fall ist es man kann es aus charttechnischer perspektive glaube ich hier auch im daily ganz unten ganz gut erkennen das ist ein bereich der ist nicht zu unterschätzen wenn er droppen sollte also sprich die 15 700 regionen wenn wir die brechen und ganz besonders auch den tagesschlusskurs unterhalb zu sehen bekämen wäre nicht auszuschließen dass wir in den kommenden tagen vielleicht auch mit dann abgabedruck zum nächsten quartal wie gesagt ich denke die these trotz dieser vorgaben die gestern ist so ein bisschen dem entgegenstehen aber dass das nicht wirklich etwas herausragendes war diese korrektur bewegung die qs in dem fall ich immer ganz kurz hier auf meinen chart mit den schlusskursen auf den etf bezogen minus 1,3 prozent das sieht erst mal viel aus aber wenn wir uns anschauen wo zum beispiel der wix steht der sieht weiterhin notierungen rund um die jahrestiefs das bedeutet also konkret gesprochen das war gestern also ein kurzer kurzes durchatmen vielleicht einige big tech titel also wie gesagt nvidia zum beispiel kann man sich mal ganz kurz anschauen minus 3,7 prozent wir hatten auch eine google mit minus drei prozent wir hatten microsoft wo habe ich sie moment msft bin ich da doch da ist es minus 1,9 prozent wir hatten auch eine apple also recht stabil im bereich um die allzeit hoch ist das ist jetzt auch nicht kein wachstumstitel mehr sondern wir sind da jetzt im bereich value mittlerweile angekommen minus 0,7 prozent aber wir können halt erkennen dass die jungs doch sehr sehr stark gelaufenden titel als einfach an nvidia oder auch eine google zum beispiel dass die einfach gestern abgabedruck gesehen haben interessanterweise abgabedruck gesehen haben weil man eigentlich und das sagte ich ja gestern auch im morning meeting hier eigentlich erwarten würde dass man kapital zufüße in diese titel sieht also eine grundsolide überlegung seitens portfolio manager die einfach sagen für die zweite jahreshälfte gehen wir davon aus dass sich der wachstumspfad bei diesen big tech companies ausgehend von vielleicht auch den trends die wir derzeit eingeleitet sehen im bereich künstlichen integrieren soll dass der sich fortschreibt und dann siehst du eigentlich erwartest nicht dass diese titel da größeren abgabedruck sehen eventuell war es wenn wir uns das in relation anschauen aus dem tech bereich und die relativ stabile vorstellung der spider uns angucken beziehungsweise also das s&p 500 der sektor rotation die vielleicht stattgefunden hat wir können mal kurz in dem zusammenhang übrigens einen moment auch was machen das habe ich mir das dann gar nicht angeschaut gehabt aber wir gucken uns mal die sektoren an die etfs hier so also was haben wir denn gestern energy war relativ stark xle sagen wir hier xlb das ist der materials etf utilities industrial ganz kurz financials auch consumer staples also das natürlich nicht herausragend 0,14 prozent das ist lächerlich aber wir haben zeitgleich eben gesehen queues beziehungsweise einmal consumer discretionary also der unterschied oder bzw consumer discretionary ist ein wachstumspfad begünstigend also consumer discretionary das sind eben nicht das ist kein toilettenpapier ja um es mal consumer staples a la walmart zum thema zu machen das ist kein toilettenpapier sondern das sind irgendwelche flatscreen tvs oder dergleichen also das sind produkte die du dir kaufst wenn es läuft ja wenn der rubel rollt wenn du in einer soliden wirtschaftlichen verfassung bist und einfach saß ein bisschen luxus lässt du dir gönnst du dir einfach mal so kann man das recht grob zusammenfassen siehst du in einem umfeld welches eher risiko avers ist unter druck logischerweise suchst du eben dann kaufst du toilettenpapier dann kaufst du eben keine flatscreen tvs vielleicht mit zeitlicher verzögerung stichwort corona pandemie und dergleichen wenn das toilettenpapier zuhause gestapelt ist dass dann der flatscreen kommt weil du jetzt weißt okay ich muss zuhause bleiben aber also einfach plump mal zusammengefasst wir haben auch xlk das ist der technologie index auch der er im unteren unteren drittel hier dieser dieser liste von etfs die ich hier eingefangen habe wie gesagt könnte man dahingehend interpretieren dass man sagt es gab eine art sektor rotation raus aus technologie rein in den in den in den in den risiko averseren bereich vielleicht stichwort breitere aufstellung eines portfolios könnte der grund gewesen sein vielleicht in irgendeiner form ich würde es nicht überbewerten wie gesagt wenn ich mir da war parallel dazu im den wix anschaue dann denke ich mir ja das ist eine diversifikation die ausmachbar ist das ist aber jetzt nicht so dass das mich irgendwie nervös werden ließe oder dergleichen oder dass ich hier das große den großen den großen rücksetzer irgendwie erkenne also wir sind immer noch im hinblick auf den dax aber bezogen gleich mal auf den ersten s&p dass ich eben sage wir haben relativ starken lauf gesehen im tech bereich vielleicht ein relativ einseitig ausgerichtetes portfolio und jetzt will man einfach die marktbreite hier so ein bisschen eben nutzen die underperformance portfolio nehmen die man eben durchaus noch mit potenzial auf der oberseite sieht ich habe zum beispiel jetzt jüngst habe ich mir eine aktie angeguckt gehabt die heißt am cbs kennt der ein oder andere vielleicht cbs health die hatten kursgewinn verhältnis von unter acht während in diesem bereich cbs health also hier haben wir einzelhandelsunternehmen der pharmazie branche in den usa kennt der ein oder andere vielleicht wenn wir schon mal in den usa war das ist relativ prägnant in anführungsstrichen das sieht man häufiger in den straßen zügen also ich habe beispielsweise nach als ich als ich in las vegas war habe ich diverse diverse stores von von cbs hier an dieser stelle gesehen aber zurück zu den zu den aktien also kursgewinn verhältnis relativ also das ist jetzt kein das ist kein betastock ganz im gegenteil das ist reiner value an dieser stelle und sieht eben ein kursgewinn verhältnis größtenordnung 78 ungefähr während wir ein sektor kgv an der stelle von 13 haben was einiges an potenziell im outperformance potenzial auch vor dem hintergrund dass die aktie relativ stark überdehnt an mutter auf der unterseite relativ starkes bounce potenzial eventuell haben könnte dann sagst du dir vielleicht auch am 6 diversifikation breiteres aufstellen des portfolios dass du eben solch einen titel auch zwecks risikoadjustierung eben im portfolio haben möchtest und das führt dann eben dazu dass wir in seinem umfeld wie gestern den s&p relativ stabil performen sehen leichte abschläge während der attack bereich er eben kapital abflüsse erst mal sieht aber noch mal das ist nach dem lauf den wir jetzt über die letzten sechs monate zu sehen bekommen haben seit jahresbeginn keine so große überraschung ganz besonders vor dem hintergrund dass die big tech names eben diese diese rally diesen bull run getragen haben und so also jetzt kommen wir ganz kurz zurück zum 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 dax an dieser stelle fakt ist sollten wir jetzt die das skizzierte szenario sollten wir das jetzt hier fortschreiben ist nicht auszuschließen dass wir die region um 15 700 noch einmal anlaufen und das ist eine wichtige unterstützungsregion wo sich dann die frage stellt ob wir zum nächsten quartals start ob wir dann eventuell nach diesem bull run stärkeren flash sehen also stärker diese jetzt in den quartalsschluss anhaltende nachfrage wegbrechen sehen die dann eine stärkere abwärtsdynamik nach sich zieht das würde im falle des daxes mit einem fall unter die 15 sieben ein ehrbärisches signal für den beginn in den in den sommer eben nach sich ziehen und wie gesagt sogar denkbar werden lassen dass wir noch mal unter 15.000 punkte zeitnah rutschten aber zunächst einmal wichtiger support auf der unterseite eben zu finden im bereich um 15.700 punkte aktuell intraday wie gesagt würde ich mit fokus auf diese 15 700 region er die short seite favorisieren auch deswegen weil wir unterhalb des emas handeln auf fünf minuten basis keinen wirklichen bounce nach der attack auf die 15 800 sehen kann mir sehr sehr gut vorstellen dass es einen relativ dynamischen run gibt bei einem drop unter die 15 800 region mit neuen tagestiefs an dieser stelle ja das wäre es eigentlich für den tag schon gewesen also die short seite zu favorisieren wie gesagt vielleicht ein kurzer spike noch mal in die in die 815 820 vielleicht stopp riskierst gegen dieses konsolidierungs hoch hier an dieser stelle und gehst auf der unterseite eben auf neue tagestiefs beziehungsweise einem run richtung der 15.700er region so dass also zum zum dax dann werden wir einen blick auf den s&p guck mal ganz kurz einmal in die chatbox und frage aufgekommen ist abziehbild von gestern identisch also keine große veränderung in irgendeiner weise wir haben hier am zenten folgend auf die fett haben wir eine squeeze zu sehen bekommen die überraschte ja wir erinnern uns ganz kurz daran es war eine relativ restriktive rhetorik die seitens der us-notenbank gewählt wurde rhetorik dahingehend dass man eben im dot plot eine weitere 25 basispunkt zins anhebungen sieht und das trotz einer sich abgehörende inflation das ist also eine hawkishness die nicht positiv eigentlich für equity ist besonders wenn man interpretiert oder dahin geht dass man sagt seit jahresbeginn wenn nicht seit jahresbeginn dann seit ende dieser nennen wir sie mal mini krise im us bankensektor regionale banken signature bank silicon valley bank und so weiter diese eingeleitete bull run das ist eigentlich eine antizipation eines ich mache noch ganz kurz eine zweite trendlinie für den trendkanal das ist eigentlich ein vorwegnehmen dass die fett sich in der zweiten jahreshälfte geldpolitisch expansiver hier präsentieren wird und wenn du das vorweg genommen siehst und dann diese rhetorik jetzt ist das eigentlich ein indiz dafür dass das ein bärisches signal ist und wir sollten eigentlich erwarten dass equities darauf bärisch reagieren tun sie nicht wir sehen initial einen drive und dann eben dieses überrollen und jetzt aber eben das komplette aufholen zum einen der squeeze von einem tag auf die fett folgen also 15 juni plus ergänzend dazu verharren wir jetzt im falle der des s&p's im falle des des nasdaq auch leicht unterhalb sogar jetzt eben der fett tiefs hier an dieser stelle also diese übertreibungstiefs am 14 juni und das ist eigentlich eher ein signal dass jetzt mit zeitlicher verzögerung doch mit skepsis reinzukommen scheint wie gesagt dann muss man allerdings auch sagen wenn wir uns eben diese übergeordnete struktur anschauen wir sind relativ weit auf der oberseite gelaufen also das bedeutet etwas anders formuliert du hast eigentlich jeden grund zeitnah eine korrektur bewegung zu erwarten und ausgehend hiervon ist eben das bis dahin jedenfalls besonders über die länge über die wir diese aufwärtsbewegung korrigieren ist das eigentlich eine sehr gesunde entwicklung und nicht wirklich skeptisch zu beäugen vor dem zeitgleichen hintergrund eines volatilitäts index der eben im bereich um seine jahrestiefs konsolidiert also das heißt nervosität oder ein vorwegnehmen einer erhöhten nervosität seitens des marktes gibt es derzeit überhaupt gar nicht wird gar nicht ausmachbar wie machen wir das training technisch oder was bedeutet das training technisch ich würde sagen schauen wir einfach mal ob wir in der lage sind die gestrige handelsspanne zu halten gestern die tiefs in den tagesschluss hinein das war eigentlich auch eher ein bärischer tagesschluss ehrlich gesagt schlüssellevel die ungefähr so um 4330 wir haben uns daran 4340 das waren ungefähr die feds tiefs nehmen wir die raus glaube ich ist das der wegbereiter für einen test der unteren aufwärtstrendkanal begrenzung region 4300 vielleicht 4270 punkte auf der unterseite testregion oder potenzielle zielregion hier an dieser stelle immer im hinterkopf behaltend dass wir uns immer noch in einem sauberen aufwärtstrend hier bewegen erst ein bruch aus dieser aufwärtsstruktur die sich etabliert hat wäre wirklich skeptisch zu beäugen solange der wegs niedrig bleibt ist jegliche aggressivere abwärtsdynamik wirklich in frage zu stellen ob es nicht nur ein 1 1 1 raus oder ab werfen von schwachen händen ist an dieser stelle und so das wäre es möglich auf der s&p gewesen dieser guck mal heute ob wir in der lage sind die gestrigen tagestiefs zu halten europäische vorgaben sind nicht besonders stark an der stelle also das heißt wir sehen auch so ein leichtes überrollen hier im s&p aber die frage die sich heute nachmittag 15 30 stellt ist sind wir in der lage diesen bereich um 43 30 gestrigen tagestiefs gestriger tagesschluss zu halten falls nicht 43 42 70 unsere aufwärtskanalbegrenzung potenzieller zielbereich falls ja bei uns ja dann bleiben wir im grunde genommen dann haben wir die dinge wieder kommen und ich würde mal sagen ja was wäre ein objektives preis nicht mal ganz kurz kommen wir mal ganz kurz auf den spider so hier bezogen auf den das war das level immer die hofs von hier korrektur bewegung 4 36 ist es ungefähr also hochs von gestern beziehungsweise freitag ungefähr so dieser bereich scheint es so sein guck mal hier was wenn der indikation hier haben ja so 4 380 4 360 4 380 also oberhalb von 4 380 wäre ich wieder positiv und den s&p eher long weil dann die bullen die kontrolle zurückerobern also was ich gemacht habe ganz kurz zur erklärung vielleicht was ich jetzt hier gemacht habe ist ich gucke mir den s&p 500 etf an den sp y und was ich dann mache ich ankere auf die hochs die jetzt bis dahin also die jahres hochskerze die auch mit einem verhältnis bis sich hohen volumen gelaufen ist also nur muss mal hier einzuordnen das ist tatsächlich das höchste volumen bärische volumen in dieser kerze gewesen an diesem freitag war es vor zwei wochen ja jetzt freitag vor zwei wochen das war das höchste bärische volumen seit seit märz also das heißt hier seit dieser kleinen banken mini banken krise sobald wir den auf diesen auf dieses hoch geankerten volumen gewichteten durchschnittspreis zurückerobern das ist diese violettfarbene linie hier hätten wir an der stelle den vorteil wieder auf seite der bullen und das ist dann die linie im sand also das heißt was anders formuliert eigentlich hier unterhalb dieses levels vielleicht sogar unterhalb dieser gefilde hier das heißt also gestrige tages hoch ist long kein thema schaut allerdings auch nicht schaut eigentlich erst mit drop unter der 43 30 an dieser stelle und ja also das wäre es für den s&p gewesen mehr gibt es mehr gibt es zu dem nicht nicht zu sagen interessant wird mit sicherheit der tech bereich wie gesagt gestern stärker unter druck gewesen seit langem underperformed so möchte man vielleicht sagen aber auch hier können wir erkennen das ist wirklich 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 nicht spektakulär also gehen wir zurück das war gestern wie gesagt nach dem bullischen opening drive das war eine relativ starke eröffnung ehrlich gesagt da habe ich so ein bisschen aus den augen verloren also ich habe das parallel so ein bisschen ich war unterwegs ich habe das parallel so ein bisschen mitverfolgt ich habe mir us-märkte öffnung angeguckt nach 15 15 minuten irgendwie sowas abgesehen bullischer drive hatte das auch im hinblick auf eine tesla zum beispiel wollte oder bin interessiert natürlich ob wir da noch mal die 250 anlaufen die 250 hatten wir gestern im morning meeting thematisiert und war dann auch in der vorbörse noch kurz ein thema also das hat das war das letzte was ich noch gesehen habe bevor ich dann aufgebrochen bin und dann sahen wir den bounce nach oben da dachte ich mir okay dann wird es jetzt erst mal heute auch nichts musste auch sagen ich freute mich auch ein bisschen weil ich mir dachte die 250 konnte ich mir sehr gut realistisch noch mal am angelaufen vorstellen und natürlich möchte ich dann auch am desk sein und in der lage entsprechend das für mich zu spielen bzw zu handeln ja und dann habe ich anderthalb stunden später das was noch mal reingeguckt und hat gesehen dass wir komplett die aufschläge wieder hergegeben hatten dass wir hier aus den gefilten um 15.000 in den hochs also wir sind leicht unterhalb gehandelt worden in richtung und auf neue tagestiefs gefallen und auch vor allem unter die 14 800 gebrochen waren also wissen dass das der bereich um die fett übertreibung war auf der unterseite und so jetzt das ist erst mal kein so positives signal wie gesagt du schaust dann was der mögliche trigger dafür sein kann siehst dann aber dass der breite markt in form des s&p beispielsweise sich relativ stabil präsentiert also nicht dass wenn ich auch leicht abschläge gesehen haben aber es war eben im vergleich zu dem was wir was wir im nasa gesehen haben nicht aussagekräftig und so stellst dann fest okay es ist nicht wirklich eigentlich nervositäts resultierende risk of wie auch immer spikes in den us zinsen getriggert wie auch immer gerade also ist das alles ein bisschen ist einfach eine gesunde korrektur bewegung schauen wir einfach ob wir unterhalb jetzt der der tiefs halten das wäre gestern zum beispiel den abend hinein noch mal ein mögliches play gewesen also hier kannst du überlegen vielleicht die 800 mit dem job als momentum zu spielen das sieht aber nur in der nach betrachtung so aus ich glaube nicht dass ich haben dass ich den als momentum besonders auch in die uhrzeit hinein 18 uhr die als momentum nehme was aber sicherlich interessant war war dieser verhältnismäßig schwache bounce und deutliches überrollen wieder hier gegen die 14 800er region da kann man schon überlegen ob man die letzte handelsstunde hinein noch mal momentum drive auf der unterseite eben nimmt also das ist ein ganz kurzfristiger trade das ist jetzt nicht irgendwie dass man dass man hier eine große bewegung erwartet oder vergleichen das ist fast schon scalp eigentlich an der geht dass wir noch mal einen rush sehen sofern wir diese schwäche bestätigt sehen mit dem fall unter die 14 800 und das ist für heute auch für uns ein potenzielles level auf der oberseite einfach wir gucken uns an wie halten wir uns gegen die 14 800 halten wir unterhalb ist die short seite zu favorisieren erobern wir die zurück halten oberhalb von 14 800 also oberhalb der fett tiefs auf der unterseite dann glaube ich würde ich nicht mal wirklich short sein wollen und ja das war's für den nasdaq also da ist die 14 800 halten wir drunter short zu begünstigen oder zu favorisieren ich würde mal sagen realistisch potenzial bis in gefilde 14.600 eventuell 14.500 noch mal der wix der deutet nicht darauf hin dass wir in der lage sind starke volatilität zu sehen beziehungsweise vielleicht auch stark trendige besonders auf der unterseite marktgegebenheiten vorfinden das bedeutet ich würde meinen handel hauptsächlich fokussieren auf kurzfristige plays unterhalb der der 14 800 wie gesagt kurzer momentum drives ziel auf der unterseite 14 600 55 600 eventuell sollten wir noch mal unter den schlusskurs von gestern droppen der allerdings dann schon um 14 7 reinkommen also crv technisch wird das schon relativ dünn ehrlich gesagt ob das dann so attraktiv ist das entsprechend eben zu handeln und ja das wäre es für den für den nasdaq gewesen auch für den gibt es nicht besonders viel mehr hier groß zum thema zu machen werfen wir einen blick auf die einzel titel schauen wir erst mal den pre market screener ob da irgendwas herausragt nein es fragt nichts heraus der tesla ragt heraus hier können wir sehen wieder mit fast einer halben million stücke also nur dass wir mal eine vorstellung haben was da an an aktivität aktuell läuft wenn man sich einfach mal den zweitplatzierten Nvidia anguckt mit 46.000 stücke also man kann fast alle anderen aufsummieren und dann kommt man ungefähr in den bereich action level tesla damit man eine vorstellung hat wie aktiv der titel derzeit getradet wird ja fokussieren wir uns mal auf der tesla gucken uns das mal an also ganz kurz vielleicht der earnings kalender an der stelle wir haben keine earnings jetzt vorbörslich carnival gestern die waren eigentlich waren die okay also die earnings die waren jetzt nicht katastrophal schlecht ehrlich gesagt die waren aber auch nicht herausragend positiv es war solide grundsolide nichtsdestotrotz hat die aktie gestern abschläge sind größer und 10 prozent glaube ich was allerdings jetzt nicht so überraschend ist bevor wir zu der tesla kommen sieben prozent okay hat sich ja ein bisschen erholt hier sieht man gap down und dann in der zwischenzeit bis unter 14 dollar sogar gefallen hat dann gegen den abend oder in den abend hinein so ein bisschen aufgeholt die abschläge wir müssen uns immer vor augen führen allerdings das hört sich das sieht ja erstmal dramatisch aus es sind aber summa summarum wirklich solide zahlen und wachstumsaussichten gewesen was ich eben berücksichtigen würde ist dass wir seit anfang mai dazu den kurs verdoppelt haben also das heißt die aktie die ist die ist richtig stark in die earnings reingekommen sieht jetzt eben eine bestätigung auch eine sehr 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 solide umstrukturierung die stattfindet kostenreduktion und dergleichen die im stattfindet ja na klar man hat negative auswirkung auf den earnings per share also auf den gewinn pro aktie beispielsweise generell auf die profitabilität aber nichtsdestotrotz ist das grundsolide aufgestellt und auch eine verhältnismäßig starke nachfrage also ich habe zum beispiel erstaunt festgestellt man unterhält sich ja ab und an mit leuten so wenn man wenn man jetzt mal unterwegs ist oder im fitnessstudio oder sonst dergleichen und es ist erstaunlich gewesen dass ich in den letzten gesprächen mit leuten die ich jetzt nicht unbedingt in dieser kategorie eingeordnet hätte ehrlich gesagt dann erfahren habe dass die jüngste im urlaub waren also man sieht sich wieder man kennt sich ja man sieht sich und dann dann ist derjenige welcher mal nicht da obwohl man weiß okay der kommt eigentlich immer relativ konstant hat seine festen termine genau wie ich auch und dann sieht man sich eben und wenn er dann nicht da ist dann ist das ein das ist ein anderes muster einfach ist als trader kann man nicht anders so und auf jeden fall fragst du dann wo warst du denn was los also alles in ordnung krank gewesen gottes willen aber urlaub gehabt oder sowas ja und die antwort ist dann ja ich war im urlaub und dann fragt man natürlich weiter nach so und was machst du oder warst du denn im urlaub und dergleichen und es waren jetzt wirklich zwei drei die gesagt haben kreuzfahrt also kreuzfahrtschiff und das überrascht also nicht dass das jetzt irgendwie eine statistische signifikanz hätte aber wenn carnival wie hier in deren earnings release darüber berichtet dass die eine sehr sehr starke nachfrage auch vor allem von sogenannten so genannten in fünf strichen jungen menschen haben also menschen die die eben normalerweise jetzt nicht unbedingt erwartet würden meinerseits jedenfalls auf einem kreuzfahrtschiff dass da eine sehr sehr solide nachfrage gegeben ist dann ist das schon erstaunlich ehrlich gesagt und spiegelt sich wieder also auch in einem in fünf strichen konsumverhalten beziehungsweise im verhalten jetzt im hinblick eben auf urlaub und urlaubsziele beziehungsweise wie man eben dann seine freizeit in anführungsstrichen verbringt und ich finde das ein recht starkes signal ehrlich gesagt und könnte mir vorstellen dass die aktie vielleicht auch nach dieser längeren bodenbildungsphase auf der oberseite noch durchaus performance potenzial hat auch für die kommenden monate also auch gegeben wie gesagt aus dieser persönlichen aus diesen persönlichen unterredungen an der stelle und also schauen wir mal in dem zusammenhang wie gesagt ich glaube nicht trading technisch ist das nicht unbedingt der attraktivste titel jetzt an der stelle aber wir sollten das so ein bisschen im hinterkopf behalten region vielleicht 15 dollar auf der oberseite könnte ein level sein könnte wenn wir drüber laufen halten vor dem hintergrund der jüngsten stärke vielleicht dann der grund sein davon auszugehen dass wir das gap schließen auf der kehrseite wichtige support region gegen 14 dollar die reinkommt ungefähr sollten wir die unterschreiten könnte es auch noch mal richtung 13 vielleicht um 12 gehen aber mittelfristig glaube ich wäre das zum beispiel wiederum eine region die man durchaus als potenziellen interessanten long bereich in betracht ziehen könnte so also das ganz kurz vielleicht zu carnival und den earnings von gestern also spektakulär war es jetzt nicht aber nicht so trotz kurz mal erwähnenswert so blicken wir mal ganz kurz auf eine tesla und wie gesagt ich fand es halt jetzt ein bisschen blöd schade in anführungsstrichen dass ich gestern dass ich gestern nicht die zeit gefunden habe dieses place zum thema zu machen ich hoffe dass die ausführungen hier morning meeting ausgereicht haben so möchte ich es mal sagen dass das das dass ihr euch dennoch gut vorbereitet gefühlt habt für ein solches play also wir kommen rein leichtes gap down das hatten wir morning meeting schon thematisiert 250 könnt ihr den fokus rücken die 250er region hier wichtige support region hatten auch einen kurzen flash gesehen das war in der letzten woche am donnerstag kurzer flash in diesem bereich und dann relativ scharfer bounce zurück über die 260 jetzt rollten wir noch mal über und sehen wie gesagt den drop unter die 250 und das ist ganz interessant gewesen weil nach dem initialen bounce dann im windschatten des übergeordneten marktes folgend wollten wir über attackierten attackierten keinen wirklichen signifikanten bounce und dann kam hier mit dem break tiefer auch entsprechend abgabedruck rein beziehungsweise volumen ich kann mal ganz kurz das mal zeigen mal zwei minuten schaden auf so also da sehen wir hier ganz besonders mit dem drop auf neue tagestiefs sehen wir volumen reinkommen kein wirklicher versuch einen schärferen bounce auf den weg zu bringen anders als wir das ich meine klar es war auch eine andere handelszeit aber nichtsdestotrotz dieses dieses wie soll man das szenario nennen dip and rip flash and rush also wir sehen sofort nach einem kurzen flash sofort kommen aggressiv käufer rein ich meine das ist eine andere konstellation natürlich wir kommen rein mit mit abschlägen hier das war am donnerstag da hatten wir schon eine korrektur bewegung ja eingeleitet gehabt auf den scharfen auf eine scharfe abwärts aufwärtsbewegung kurzes squeeze und dann diese diese gegenbewegung am mittwoch letzte woche ganz genau und dann dieses gap down hier an dieser stelle in richtung der 250 war es ganz besonders kurz drunter gelaufen und dann eben scharfer lauf da kam mir schon relativ fast schon überdehnt kurzfristig jedenfalls kam wieder rein das hat sich natürlich gestern anders dargestellt in der samtkonstellation aber wie gesagt also wir sehen auf jeden fall ein überrollen keine relative stärke halten unterhalb des volumen durchschnittspreises sehen wir auch hier mit anderthalb stunden im handelstag also das heißt preisfindungsphase ist durch und dann sehen wir eben hier das ist genau der spot das ist genau das was ich was ich meinte mit super attraktiv das ist ein zwei minuten chart das heißt also wir sehen hier kurz gegen 17 uhr 15 ungefähr diesen 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 flasch unter oder auf 9 intraday tiefs und dann keine wirkliche rückeroberung der 250 also wir sahen versuche aber diese versuche die schlugen relativ schnell fehlen wir haben auch gesehen dass hier nicht irgendwie volumen gegen dieses level reinkam also dass aggressiv irgendwie käufe uns zurück über die 250 haben treiben wollen und wenn du solch eine konstellation in solch einem charttechnisch relevanten bereich eben um die 250 ausmachst den wir in der letzten woche schon erkannt haben hier in diesen gefilten dann sagst du du hast eigentlich hier mit einem break auf neue tagestiefs in dem fall ist es ich würde mal sagen 2 48 50 aller spätestens hast du hier einen short und du riskierst gegen die hochs also das heißt wenn die 2 48 50 short ist stopp 2 50 vielleicht drüber 2 50 10 vielleicht und dann willst du auch sofort weißt sofort was du sehen willst du willst den bruch sehen und sofort ein move weg vom preis also richtig in richtung dann das aufnehmen den momentus oder das also in richtung hier auf der unterseite so und alles weitere sich selbst managend in anführungsstrichen das ist ein klassischer momentum klassisches momentum play was ich will mit dem drop der 2 50 handeln kommt sofort ins laufen dort keine minute an der stelle wir halten diesen diesen break tiefer es kommt volumen rein mit diesem break tiefer es ist also nicht nur ein kurzer spike tiefer ein runter neben der geldseite oder irgendwie sowas ein kurzer flash out und dann bauen sondern da kommt richtig auch volumen rein an dieser stelle und dann erkennen wir dass wir zügig eben hier kurs nehmen auf die 2 45er region tief gehandelt werden auf unter 2 43 sogar und dann verlieren wir auch das momentum hier also das heißt der ich wie gesagt das ist ein rein hypothetischer wenn im break hier tradet als momentum scalp als momentum drive der sieht hier das momentum versiegen gegen die 2 44 2 45 spätestens bist du eigentlich raus aus dem trade weil das momentum raus ist wenn du ein teil hältst also teil hält bedeutet an dieser stelle dass du darauf abzielst also ein teil handelst du als klassischen momentum drive momentum scalp und den rest hältst du als intraday swing weil du davon ausgehst es gibt eine größere korrektur die eben das übergeordnete korrektive bild jetzt fortschreibt vielleicht gehen wir so richtung 235 wie gesagt ist nicht so wahrscheinlich im derzeitigen umfeld jedenfalls also dass es in einem zug stattfindet ohne entsprechend fundamentale trigger auch über das ohne das übergeordnete bild auch die übergeordnete nervosität die nicht gegeben ist stichwort volatilitäts index fix und dergleichen aber mal angenommen du hältst hier vielleicht noch 20 prozent auf solch einem momentum play dann hast du eigentlich mit dem rücklauf hier über die 2 45 hast du einen grund dann auch die position zu geben dann wäre es das gewesen also was ich besonders eben schön finde ist hier diese schöne konsolidierung im bereich um leicht unterhalb der tiefs und vor allem nicht dieses sofortige durchmarschieren sondern dieses kurze halten auf diesem niveau welches dir ein schönes level gibt gegen welches du hier an dieser stelle riskieren kannst und so relativ schwacher tagesschluss man könnte fast sagen eventuell sogar geeignet für eine fort fortsetzung dieses dieses trends der sich da gestern etabliert hat wenn wir uns dann allerdings die vorbörse hier anschauen und das relativ erhöhte volumen sehen wir da kommen auch schon wieder aggressiv käufer rein mal gucken wie gesagt ich bin so ein bisschen hin und her gerissen in anführungsstrichen mit ausblick auf die deliveries einerseits denke ich mir sind wir vielleicht noch nicht fertig also ich könnte mir vorstellen dass die region vielleicht sogar um 220 realistisch wäre wie komme ich auf die 220 dann immer jemand daily chart und auch da also wir brauchen mein chart deswegen weil wir ein real gehandeltes volumen brauchen was ich mal hier gemacht habe ist dass ich auf die wir können einmal von hier den april tiefs ausgehen konsolidierungstiefs haben wir könnten das ganze auch hier setzen auf den tag shareholder meeting ich wie gesagt unterm strich kommen wir ungefähr in ähnlichen gefilde raus hier ist es die 210 wenn wir shareholder meeting nehmen wir sind wir glaube ich bei 220 ungefähr kurz gucken ist hier so ungefähr gewesen glaube ich so das ist ungefähr diese gefilde aber 2 25 aber was wir auf jeden fall erkennen können ist das wäre schon eine attraktive region hier diese ehemaligen host die wir dann sehr dynamisch rausgenommen haben das wäre eine interessante region um auch mittelfristige im engagement besonders vor dem hintergrund dieses bounces hier auf der oberseite eventuell sich long zu positionieren und jetzt kommt also die frage was bräuchten wir dafür um solch eine korrektur zu sehen überbauen und korrektur ja also sprich ein erstag aber wir bräuchten eben für eventuell auch einen fundamentalen trigger in form der deliveries also das heißt aktuell würde ich zu investieren ist kapital längerfristig also das ist gehen weniger trade eigentlich als eher ein investment gedanke würde ich mir wünschen dass wir in diese gefilde um 220 mindestens zurücksetzen und gegen die dann versuchen stücke zu bekommen und da würde ich abwarten wollen auf die deliveries die wir am sonntag veröffentlicht sehen und ich muss ja auch jetzt mal schauen ehrlich gesagt ich weiß gar nicht ich habe gar keinen so guten überweg kann man kurz folgendes machen mal kurz hier ist das like die machen jetzt ja hier vieles mit diesen ganzen abos und dergleichen das heißt also kostenpflichtig hier ist es sunday 9 am pacific pacific time to central europe so 18 uhr ja ok 18 uhr am sonntag also pst gegen 18 uhr sollen die veröffentlicht werden estimate werden finalen also der ist das ist ein sehr sehr guter analyst der interessanterweise nicht der interessanterweise nicht als tesla investor auftritt also der gesagt er hat keine tesla aktien in der form der macht das einfach nur zum spaß in anführungsstrichen diese schätzungen aber ist unglaublich gut also toy tesla wer sich das anschauen möchte jetzt gucken wir mal ganz kurz vor 13 stunden hat er denn das sind einfach nur die release times q1 q2 error rate my estimate also 23 juni ungefähr vor einer woche 441 liegt also leicht unter dem was die street erwartet street erwartet 4 48 das ist immer noch ein aktuelles ist glaube ich ein allzeithoch ehrlich gesagt ich weiß es gar nicht aber ich glaube ja das ist interessant weil der ist recht gut auch wenn der natürlich nicht perfekt ist aber mit seinen schätzungen liegt er sehr sehr nahe immer an dem dran was erwartet ist das bedeutet wenn der analysten die erwartungshaltung über dem liegt was er erwartet und es war in der vorbegrange gemeinung so dass das dass die dass die analysten der world street eher drunter lagen und dann positiv überrascht worden sind dann ist das nicht unwahrscheinlich dass wir im bereich um die erwartung maximal veröffentlicht werden also alles andere wäre sehr sehr überraschend vor dem hintergrund auch stichwort der lieferengpässe beispielsweise produktions ketten unterbrechungen und so weiter rohstoff im engpässe beispielsweise sollten wir in diesen gefilten veröffentlicht werden wäre nicht auszuschließen dass das noch mal so einen finalen washout nach sich zieht also eine enttäuschung nach sich zieht die vielleicht nach einer kurzen stabilisierung der gleichen noch mal einen kurzen flaschen nach sich zieht und mir vielleicht die möglichkeit liefert gegen die 2 20 mich im hinblick auf investments für mehrere monate zwölf monate plus zu positionieren in erwartung dass wir einen run mindestens in richtung über sogar 300 dollar 320 zu sehen bekommen vielleicht sogar dann richtung der altzeiten so aufmachen also bis jetzt ich bin noch nicht übermäßig aktiv hibbelig oder sonst dergleichen beobachte aber die price action ganz genau fand das wie gesagt gestern aus training technischer perspektive super interessant für investments denke ich aber ich habe noch die hoffnung vielleicht so ein bisschen dass wir potenzial auf der unterseite haben das ist natürlich auch genauso zu verstehen meinerseits also das heißt ich wünsche mir diesen flasch tiefer ich kann allerdings auch sagen aus der vergangenheit meistens sind meine wünsche da nicht wirklich erhöht worden mal gucken vielleicht klappt es diesmal aber die delivery namens die könnte noch mal so einen finalen wash richtung 2 20 vielleicht nach sich ziehen schön wäre natürlich wenn das möglichst ruhig reingehen würde und wir dann überdehnung sehen weil solch eine überdehnung die wahrscheinlichkeit erhöht dass wir einen relativ scharfen bounce zu sehen bekommen wenn dann wirklich käufer rein kämen also wie gesagt dass das mein favorisiertes szenario guck mal wie es weitergeht für den heutigen handelstag sehen wir erstmal initial sind wir kommen wir hier in der vorbörse oberhalb des gestrigen schlusskurses rein mal gucken ob ob sich weitere ob sich weitere abschläge anschließen schlüssellevel dürfte also erstmal hier der volumen durchschnittspreis natürlich 245 sein solange wir oberhalb halten willst du nicht schon sein sollten wir sollten wir den dann droppen unter 240 könnte ich mir vorstellen vielleicht sogar noch die 230er region als mögliches ziel das würde auch ungefähr dann ziemlich genau sogar zusammen fallen mit dem schlusskurs hier 235 war es ungefähr bevor dieses gm gap hier stattgefunden hat also wir laufen jetzt in dieses gap das ist ganz interessant weil genau diesen retest dieses gaps das hatten wir auch schon in den letzten wochen immer zum thema gemacht die frage die sich eigentlich stellt ist wie ein leader in seinem jeweiligen segment präsentiert der sich jetzt im rahmen einer breiteren marktkorrektur und deswegen ist das auch eine ganz spannende region sollten jetzt nicht gegen diesen bereich schon wieder käufer kommen wie dieses gap größtenteils halten dann wäre das meiner einschätzung nach nochmal etwas was meine grundsätzliche these im hinblick auf die relative stärke von tesla unterstreichen würde und wo ich sagen würde das ist eigentlich ein indiz dafür dass da jetzt schon wieder käufer stärker gegen diesen bereich auf den plan treten mal gucken ob es dann überhaupt zu einem flaschenrichtung 22 kommt oder vielleicht eine finale übertreibung stattfindet durch die earnings allerdings dann entsprechend eben relativ zügig schon wieder aggressiv käufer finden so ja also wie gesagt 42 schlüssellevel in tesla sonst recht dünn was wir hier zu sehen bekommen nicht wirklich aussagekräftig in irgendeiner form tesla jenseits von gut und böse mit vorbörslichen volumen mal gucken was was der heutige handelstag und es uns präsentiert könnte auch sein dass wir dass wir als er moderat und spektakulär uns in den quartalsschluss eben in den kommenden tagen präsentieren und erst neue impulse dann durch die earnings kommenden monat beginnend eben entsprechend zu sehen bekommen so dass ja das also zu denen zu den einzel titeln werfen wir einen blick auf die devisen da gibt es nicht sonderlich neues zu berichten euro zum us dollar hat seinen kurzen ifo geschäftsklima rutsch so kann man ja nicht bezeichnen also wirklich wohler ist ja auch nicht gestern reingekommen verdaut auf jeden fall wir sehen aktuell dass die gegenbewegung seit freitag nach diesem kurzen flash unter die die 109 marke begünstigt durch die einkaufsmanager indizes aus der eurozone die deutlich für den diesleistungsbereich unter der erwartung verpflichtet worden sind dass das wieder komplett aufgeholt worden ist also wir sind wieder in anführungsstrichen im niemals land mit leichter tendenz eher auf der oberseite mal gucken was wir in den quartalsschluss zu sehen bekommen wäre nicht auszuschließen dass ein großteil dieser bewegung jetzt hier in den quartalsschluss hinein vielleicht so ein fx rebalancing ist das bedeutet also das portfolio manager beispielsweise starke tech titel aus den usa in ihr portfolio nehmen aber durch den umstand in europa ansässig zu sein entsprechend die währungsrisiken zu hedgen haben die us dollar verkaufen euro kaufen und dann entsprechend eben abgesichert zu sein für ihre für ihre kunden investoren ja also wie gesagt ich habe trading technisch muss ich sagen gefällt mir der devisen bereich weiter überhaupt gar nicht ehrlich gesagt ist sehr sehr unattraktiv tendenz geht meinerseits jetzt eher in richtung retest noch mal der 1 10er region auf der oberseite mal schauen ob sich dieser dieser trend fortschreibt noch mal mögliche impulse wenn sie geliefert werden werden sie potenziell geliefert vielleicht durch kommentare seitens christine lagart oder beziehungsweise in bezug auf den us dollar seitens jay powells auf dem zb forum welches aktuell eben tatsächlich stattfindet das wäre es gewesen also mehr gibt es zum euro us dollar gibt es zudem nicht zu sagen wie gesagt interessanter scheint mir scheint mir aktuell ein blick auf gold zu sein und wo wir da eben tatsächlich stehen das hat mir gestern kurz zum thema gemacht dieses szenario hier einmal dieses 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 recht stark dynamische anziehen stichwort risiko aversion vielleicht durch die entwicklungen ne moment ich habe ich das ganze das war falsch nicht der sondern er hier durch die entwicklungen rund um russland vielleicht und risiko aversion die reingekommen ist in den in den markt hier gab es eine kurzen kurze bewegung in richtung support region die sich vielleicht intraday herauskristallisiert um 29 ungefähr mal gucken ob wir die überhaupt in solch einem dünnen umfeld aktuell ernsthaft anlaufen spannend ist mit sicherheit wie gesagt dass dieser gedanke dass das eine risk of tendenz war dass der weiterhin intakt ist wie gesagt wenn der finale bestätigung wünscht der shorte vielleicht hier gegen die 29 oder mit break unter und halten unter die riskieren gegen die hochs hier nach möglichkeit würde ich sagen eigentlich willst du hier das halten schon unterhalb der 39 eigentlich short sein mit einem stop oberhalb der gestrigen tages hochs beziehungsweise hier dieser 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 spike hoch nach möglichkeit weil ich wie gesagt auf der unterseite einerseits zwar das potenzial sehe dass wir einen test der 1900 region zu sehen bekommen auch ein flash darunter aber dann wiederum mir die frage stelle wie viel mehr potenzial denn dort tatsächlich gegeben wäre sollten wir unter diesem bereich gehen also denn summa summarum sehen wir den us dollar zum beispiel im hinblick auf den euro auch er durch wachsend performen das heißt eigentlich ist das ein umfeld in dem gold verhältnismäßig stark sich präsentiert und ein großteil dieses restriktiven kurse seitens der us notenbank fährt dürfte größtenteils auch schon eingepreist sein also das bedeutet ich weiß nicht ob wir wirklich so viel potenzial auf der unterseite haben aber wie gesagt kurzfristig als trading vehicle ist gold dennoch definitiven blick wert jetzt auch hier dieses ausbilden tiefere hochs wie gesagt schlüsselbereich kurzfristig die 29 droppen wir die schließen dieses gap während ich auszuschließen dass wir noch mal die tiefs von letzter woche freitag um 910 anlaufen vielleicht sogar ein fall darunter zu sehen bekommen das was wie gesagt hier fehlt allerdings ist der umstand dass wir eben keine fundamentalen trigger derzeit zu finden haben oder finden und demnach so ein bisschen die frage aufkommt ob da wirklich so viel dynamik erwartet werden sollte aber genau das ist eben dann so ein umfeld in dem plötzlich aus dem nichts bewegung von mehreren punkten bzw in dem fall 10er in 10er schritten übertragenen sinne stärker abwärtsdynamik sich plötzlich präsentiert oder auch aufwärtsdynamik je nachdem und wie gesagt also im blick wert ist es auf jeden fall wesentlich interessanter auf jeden fall dass der euro ist oder generell die wiesen insgesamt meine tendenz geht in richtung test und rutsch unter die 1900 aus der derzeitigen price action aber wie gesagt kurzfristig ist erstmal da die frage ob wir unterhalb von 1920 us dollar pro fein und zu eben rutschen so und ja nunmehr wäre es das meinerseits für heute in der tat gewesen dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als happy trading pass auf die stops auf wir lesen heute hoffentlich voneinander in der disco community ich werde auf jeden fall alles dran setzen um es zu schaffen zeitlich leider wird es nicht ganz so spektakulär sein im hinblick auf mögliche einzeltitel das ist ein bisschen blöd wie gesagt gestern nicht was schreiben können das hat doch wunderbar funktioniert mit tesla mal gucken ob heute sich da was ergibt vielleicht wird das auch heute eher ein recht ruhiges träge träge treiben welches wir zu sehen bekommen ja also wir lesen auf jeden fall voneinander wenn euch das video gefallen hat das gerne gleich hier aber wir gehen den kanal morgens 10.30 haben wir uns hier wieder zum morning meeting gemeinsam mit markets würde mich freuen wenn ihr reinschaltet und bis dahin wie gesagt was sowieso auf habt euch wohl macht's gut bis dann bis jetzt